Jetzt haben wir dich, oder? Oh, was ich? Ich bin ein Freund. Oh? 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 Aber das ist mein Vater. Oh, das ist so. Entschuldigung. Danke, Frau. Das war's für mich. Wenn ich mit Dodge zu treffen werde, dann werde ich mit Chocobo sprechen. Dodge ist jetzt in der Krieg. Was ist der最後iste? Ja, das ist der Krieg und der Lucian. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht wissen. Ich weiß nicht, dass ich heute. Das war's für mich. Das war's für mich. Ich weiß nicht, dass ich nicht mehr sterben werde. Ich weiß nicht. Was ist mit dem Fall von Lucy? Ich weiß nicht. Was ist wirklich? Was ist mit dem jetzt los hier? Sind wir jetzt in der Falle? Okay, das heißt, wir müssen uns freikämpfen. Kurz noch abspeichern. Äh, nein, das war die Karte. So. Gehe ich nämlich Christarium, da haben sie wieder Menge, Menge Punkte. Fähigkeiten können erweitert werden, das höre ich gern. Und dann, ich tue mal wieder aufpowern. Ui, Rollenstufe ist erhöht worden. Okay, gut, Wenningel. Ich will ein Heiler. So. Und weiter geht's. Mega Vita. Mega geil. So. Ich hoffe, wir sind jetzt gewappnet, ähm, uns dem zu stellen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Passend für einen Rundumschlag. So. Und weiter geht's. Gut. Dann geht's mal weiter hier. So, ich hoffe, dass wir das packen werden, bevor uns hier das Leben noch rausgeht. So. Yeah. Dann haben wir nur drei von fünf Sternen, aber egal. Sternen. Äh, mir egal. Das schaffen wir auch so. So. Ähm. Wenn man hier umschaut. Okay. Keine Items da. Dann gehen wir weiter. Äh. Keine Items da für Gegner. Yeah. Ich habe euch ja auch lieb, Gegner. So. Geh mal, ähm, knüpfen wir uns die Gegner da hinten vor. So. So. Einer weniger. Das ist gut. Und weiter geht's. Okay. Machen wir's mal so. Ja, waffen wir uns hoch und die buffen ihn mal. So. Was kann man noch machen? Hm. Courage. So. Dann gibt's jetzt auch mal für uns was. Was? So. Noch ein was und dann wechseln wir wieder. Okay. Heilen. Und Angriff auf jeden Fall. Und jetzt gehen wir auf Angriff über. Jetzt haben wir ja volle Power hier. Wie das Leben jetzt schnell runter geht, sag ich nur. Äh, du würdest mich jetzt ärgern. Au. Das war mal mies. Aber keine Angst. Du bist ja jetzt weg. Ciao, ciao, ciao. Hallo. Oh, volle fünf Sterne. Ich dachte eher so drei, fünf. Aber gut. Haben doch gut gemacht. Bin ich überrascht. Ah, ihr kleinen Teilchen. Ihr seid wenigstens schnell weg. Wenn's die sind, wo ich in Erinnerung habe. Ein City-Bot. Okay. 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 So schnell sind sie auch wieder nicht weg. Aber es ist nah dran. Blitzrohr. Nee. Au, 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 au. Nicht nett, nicht nett, nicht nett. Nein. Nein. So. So. Weg ist er. Oh Mann. Ob wir hier die Flucht rausschaffen. Oh, nur drei von fünf Sternen. Danke auch. Ist ja jetzt hier zickzack kurz nach oben. Oh, ein einzelner City-Bot. Und ein Gegenstand. Ist bestimmt nützlich. So, dann auf ihn mit Gebrüll. So. Und weg ist er. Schneller kann man's nun wirklich nicht machen. Immer in fünf Sternen. Wuhu. So. Schauen wir mal, was da drin ist. Wir haben ein Speaker. Speaker, Speaker. Speaker, Speaker. Speaker, Speaker. Wenn man's am besten ausspricht. Auf jeden Fall. Wir gehen weiter. Hier sind Soldaten. Und hier gibt's Ärger. Und den stellen wir uns. So. Ähm. Ich glaub ein Gott ist die. Gott ist Nerven. Eigentlich Nerven. Die City-Bots mehr. Gut. Ein City-Bot weniger. Der nächste ist jetzt auch dran. Jetzt komm. Über drei Mal hin. Guck mal. Konnte Elmin keinen Blitzraum machen. Kann nur gut für uns sein. So. Und der Gettus ist auch bald weg. Weg da! okay hier ist nichts kann man nichts machen sondern es sind die nächsten gegner hier vorne sind city boards plus großer böser blöder bot sag ich mal zu dem mag ich nicht das ist so einer weg auch man das fällt mir jetzt bei überhaupt nicht das ist so aufs erschehen ok jetzt muss ich doch mal wechseln das tut weh so gut der nächste body bot weg hier ist city board so okay machen wir so so wir kennen das spiel hauen wir wieder wen hoch na komm großer böser und hier rasch noch ok ich muss doch hier langsam hier fertig sein hier gut heilen wir uns schnell hoch und angriff auf ihn halte ich noch wen vanille und jetzt gehen wir voll auf angriff das wird erwarten aber nichts dagegen machen und besiegt jaja haben auch wieder ordentlich punkte gemacht 461 das ist nach hieß so kristarium vielleicht können wir doch eine ecke noch weitermachen tp 25 das ist immer schön das ist noch schöner so was sind da engel engel was bringen engel ich hätte gern gewusst was das bringt naja dann ebenso ich werde bestimmt bald da fahren na du bist auch wieder da oder ein anderes sexenplan von dir halt aber präventivschlag das ist mal nice yay komm greife an yay das ist nice dass wir einen präventivschlag bekommen da bin ich happy so halten wir die luft an jetzt geht es dir an kragen als das solche moment kann man eh nur angreifen ja komm willst du mich jetzt ärgern hier und weg bist du das war ein sehr einfacher kampf dank präventivschlag ding so und was bekommen wir hier abwehr amulett nice gehen wir mal weiter dann können wir hier oben schon mal abspeichern ok ja ich geh mal hier rüber da ist nämlich auch ein item und ja ich sammle das item auf und dann schon mal weiter so nicht darum umschlag immer noch ok da kommt blitz wow wow bevor irgendwas passiert wir wechseln zu einem heiler verteilt so sind ähm 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 ah komm der muss jetzt mal langsam hier fertig sein so eine weg der andere oh Gott mach halt wieder deinen rundumschlag gut ja ist auch gleich weg so fast vanil hast du gemacht yeah kriegen wir nur drei sternchen aber naja ist egal aber 640 kristallpunkte und wir bekommen yay das ist geil so dann speichern wir jetzt hier mal ab weil ich weiß nie wann das Spiel mal wieder abschmiert und das ist mir einmal bisher zwar passiert nur aber einmal zu viel das sieht groß aus er ist böse und er ist jetzt ein Boss ok ok das packen wir schon so sind wir mal so frei und pauen wir uns ein bisschen auf ich weiß jetzt nicht ich weiß jetzt nicht kann man hier heilen so Aua so gehen wir mal einen leichten Angriff über Kommen wir Neil heilen ach ja hier die geteilten Spiele von NEXT stehen mir auch wieder zur Verfügung Family Sharing sei dank und jetzt ist da wieder na gut ihr macht's rechtzeitig na gut ihr macht's rechtzeitig so paumen wir noch wen auf so dann wieder leben so und Angriff und das sieht doch mal nach einer guten Idee jetzt aus so kommt ein bisschen geht noch bevor der wieder angreift yes jetzt geht es hier an den Kragen mein großer Böser hier naja der verliert so wenig Leben ich glaube da brauchen wir zwei bis drei Schockis Schock leisten halt und hier so wenn wir jetzt beide mal verjahre hier hätte ich gleich machen sollen so komm so heil mich Vanille was Haupt kann nur eine Gefechtsklar machen das gefällt mir voll jetzt nicht hier äh ihr übertreibt oder ihr übertreibt das Deck fällt mir jetzt echt nicht Hauptkanone halt ohne Hauptkanone bisher gekämpft so gut 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 und draufhauen was geht nein 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 die lässt doch schön gehen mein Lieber ja okay hauen 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 was geht das ist jetzt echt echt mal die Devise mal schauen wie weit wir die Schockleiste hoch treiben können im Moment sieht es ja auch besser aus oh Gott oh Gott oh Gott das gefällt mir echt ehrlich gesagt überhaupt nicht so so wir haben jetzt ordentlich mal hier wen nach oben getrieben so okay dann tun wir wen positive Zustände hoch holen wenn wir eh grad dabei sind und und das war noch nicht die Hauptkanone wohlgemerkt das gefällt mir überhaupt nicht nein 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 komm von Nil 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 okay weiter geht's hiermit komm von Nil komm von Nil dann gehen wir hier zur Doppelsequenz über und zwei Verheerer die machen das Ding schon schockklar klar so das sollte doch jetzt mal hier wieder oh das gefällt mir nicht das gefällt mir nicht Hauptkanone gefechtsklar nein so ich will da echt volles Leben haben ach komm 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 das mach ich überhaupt nicht hm nein das wollte ich nicht ich wollte eins drüber so siehe das hier ok so ich hole keine neuen Zustände ich haue jetzt einfach mal wieder wen drauf so und jetzt bringen wir das Ding nach oben so so komm das Ding bringen wir doch jetzt mal fertig hier komm 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 so komm noch ein trank so aber jetzt los fertig zwei sterne nur aber okay 1500 christian punkte das schon da ist